Ich bin in der Kine, Drakkenhäfer mit dem Kontrabass. Ja? Da und das halt an sich was, da kam die Polizei aus, dass man sich denn das Drakkenhäfer mit dem Kontrabass. Boah, ist es wohl schon? Ja? Wusstest? No. Oh, nee? Ha, ha, ha. No. Ha, ha, ha. Ich bin 343 Jahre, oh, what do you do? Ha, ha, ha.